herzlich willkommen bei einer neuen ausgabe von heiße mädels knappe sachen alles andere was wir nicht machen bei christian angel 3000 mit ohne jambara z2 chaos folge 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 und wir gehen ins zweitletzte stage in arab arab steht da aber ich denke mal das arabien und da gehen wir einfach hin ich habe mal ein bisschen an meinen charakter noch ein bisschen rumgespielt ich meine er umgestaltet nicht viel die hinteren zwei halten aber ist etwas anders angezogen wäre nicht schlecht wenn ich mal bald was neues bekomme ja immer so geile mucke party ein glück dass sie mich nicht gesehen hat also manchmal ist man echt froh wenn man keine live cam hat ihr wollt mich nicht live sehen braucht gar nicht damit anfangen ihr wollt nicht sehen er einst er treten verständigt hat dort sehen ok sei es heißt Ich hab's schon mal geschafft. Und ich bin nicht sicher. Jo, auf gehts. Neuer Gegner? Oh, ein Sperrtgegner. Ich hab's mir ganz froh, irgendwie. Ich glaube ich hab's schon mal gehabt. Ich bin noch nicht so sicher gewesen. Aber egal. den interessiert sie machen ja wie schätze das heute kein gulasch ragu sondern die schätze das also ich muss da lang ein baum in der wüste hätte das gedacht blut und digitales blut digitale ketchup farbe sagen wir mal so nicht dass jemand ihr denkt das ist alles ketchup und alles puppen aus der digitalen welt des interessanten levels von in der bacher aber schön langsam auf die etwas stecken spalten wir haben es jetzt mal gesagt teils zwei meine damen ja aber auch und auch wieder kommt und hat sternchen gesehen sternchen das stören du akkwack nachher an ist ein anderes spiel verdammt ach da kam die klinge entgegen halt vor die falsche Woche nein so ach ey komm ich mach dich satt jetzt ich spalte dich mein freund wie kommt denn noch dann fängt sie dort füfft mal raus da ist noch einer das war's nein immer noch nicht zack da ist wieder ein wo ist der denn schon wieder her dann vorbeigert die genau sie wollen mich echt verarsen wo ist er jetzt hin Ich hab' sich gar nicht zu verstecken, ich wollte mich so froh herausfinden. Alter! Können wir mal aufhören mit Spawnen hier. Schlimm. Die wollen nicht aufgeben. Ach, noch 3 Kills. Weckfills. Ne, ja. Das heißt, keine Ahnung. Die fahrheit ist nicht. Ne, wie muss ich denn noch gehen, dass ich mal hier weiterkomme? Die wollen mich echt zum Narren halten. Leute, komm, ich habe schon gewusst, dass es ja bescheißen wird. Na, endlich zählt. Komm, ey. Was soll ich denn noch machen? Ab. Hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. So. Steigen wir den Monument. Bäm. Und wieder Gegner. Das war so klar. Boah. Das sei ja, um auch hier was gemacht. Wir haben sich, ich habe von den beiden nur noch keine Verwandlung. Warum hier? Hast mir gerade ein bisschen nicht. Hä? Alter? Boah, wegen 1. Zombie. Das ist hart. Wegen 1. Zombie. Das ist hart. Wegen 1. Wegen 1. Zombie. Na komm. Das ist hart. 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 Aber jetzt muss ich erstmal mehr auf Platz machen. Ich habe kaum mehr Luft zum Atmen. Und der Damage-Deal geht auf weg. Ja. Wir haben wieder weg mit dem Hand. Hallo. Ich bin hier. Warum? Äh. Wieso sind die keiner hier? Ist das abnormal? Wie ist das ab? Wie ist das? Das ist ein bisschen blöd gemacht. Die sollten allerdings alle auf mich zurennen. Was bringt mir das, wenn ich dauernd immer zu denen rennen muss? Andere Charakter Mit der macht es auch Spaß Besseres erwartet Also dieses Map ist doof Wir haben den Schwerer Oh mein Gott, ist ein Schwerer Was ist das? Das hat er so gut Oh, was ist das? Wow Waaah! Tut weh, meine Freunde! Okay, das muss das andere fern. Das muss, genau. Das ist total, ja. Viecher, wie immer. Bis dann. Das muss das andere fern. Es ist ein bisschen zu früh, aber ich habe ja noch Zaya. Sie kann sich ja auch noch verwandeln. Oh! Bleib doch mal! Komm raus! Endlich! Waaah! 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 Komm her! Waaah! Waaah! Einmal! Einmal! Gibt noch nicht. Okay. Oh, ich drücken! Das scheint eine große Map zu sein hier. Und wieder Gegner! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Für den Einkauf. Von. Und. 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 Einmal! 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 In der Kopf schon! Einmal! 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 Stirbt! Da kommen Sie gleich zum Trittabend. Ei jei! Ah ja. Alles klar. Yeah! Profusion ist installiertes Update von 5 Gigabyte! 5 Gigabyte! irgendwann ist auch der speicher der ps voll irgendwann so dreist irgendwie so extrem viel speicher zu verbrauchen ich glaube ich habe das thema schon angesprochen aber ich glaube ich habe keine ahnung und ich habe mir mit dem abster habe ich darüber geredet genau das ist dann immer wieder mehr speicher verbraucht immer wieder immer wieder und wir haben die spiele war es mit 500 gb festplatte auf der auf ps4 die hätten wenigstens terabyte drauf haben können als soweit ist es doch heutzutage schon und wenn man die auf die spiele guckt man wie viel die verbrauchen die spiele 50 gb da kannst du gerade mal das mit rechnen 10 spiele drauf machen und das ist ja und das ist ja lustige dabei ja ist das gewisse spiele nicht mal den 50 gb groß sind oder ganz kleine spiele zu klein sind das ist dann echt verwunderlich ist das eigentlich soll jetzt reizt aber ich komme ich jetzt weg junge jetzt bist du kein gun mehr im gun vorbeimann ey so weiter gehe ich hier noch auf du meinst du kann das hin Ja, hau weg, scheiße, wir sind auch tot, ne, ne, kannst du vollknicken, kannst, kannst fliegen, virtuell, das ist absolut normal, immer wieder, immer wieder, immer wieder, und es gibt nicht mal eine Anzeige, hier, hey, du musst jetzt mal so viele töten, die Heiden-Zombies hier, wie noch ein Text, ein Keks, so, wo sind die anderen, da ist noch einer, wo draußen, ist noch eine dritte Beine. Meine Fresse. Es ist halt flutig, wie ich da arbeite hier. Oh, das sieht flach aus. Oder? Ah, da vorne sind Kram, als wenn da nicht der Bossgegner kommt, da weiß ich auch nicht, meine Was ist das? Nein. Ich hab mal... Was ist das? Was geht denn? Wie gesagt... Er hat Aladin! Er hat Gini! Der Böse... Gini... Oh, ich wusste... Ah, das war voll so schön... Ich sterb... Ich hau dir fein... Was? Ach, war kreis... Neue Aktion... Ja... Du hast fast verloren, ne? Zwei Beinchen, ne? Hahaha... Also, du weißt ja, wie stark sie ist... Zaya ist halt... Zaya geht ab... Sag ich dir... Ich mundo... Und ach, bloss주세요... Er ist gut ge cash da... Okay... Sieh ja, ich hab mir funktst 모� someday... Egal... Sie ist' immer noch sauersterk... Und sie macht jeden platz... Sie mach dich fertig, Junge! Dadurch kann ich das gocken... Was für marketed обнаруж ist... So weiter geht's nach oben nach unten, ja den Kopf ab, ne doch nicht. Wowwowwowwowwowwowwowwowwowwowwowwowwow muss aufpassen, muss aufpassen, so mal gucken. eCamps, da habe ich noch ein paar so, haha, saya überlegt alles. ja schmettere dich jetzt kann er nichts mehr machen jetzt muss er nur was bringen haben kann die beiden ab ja 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 bämm für die Nähe wuuu ran weh ähh nach 19 Minuten ich hab das Level gehasst und Bronzer ja bis als ganz kein Silber, aber ist mir egal bei dem Level ist es mir wirklich schnuppe weil das Level ist echt gacke, sag ich euch das ist echt gacke ich hasse das I hate Nettes video hat Neeee nicht so denken The level is hate Hasse Hate Scheiss ich tu irgendwas labern was ich halte keine Ahnung hab was es heißt Hahahaha So Ja, das war's. Das war Online-Chambara-Tetsu-Chaos Folge 8. Und in der Folge 9 geht's nach Peru. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Saya hat's gefallen. Yes. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. Und besucht auch mal die anderen Kanäle rechts da auf der rechten Seite. Vom Fenster. Vom YouTube-Fenster auf der rechten Seite. Und dann geht's ab und dann gehen wir heuer, heuer, ho in die nächste Stage. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel. Like und kommentieren würde ich mich freuen. Haut rein und schaltet wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Ciao.